Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Marses Clash Channel. Es ist endlich soweit, das allererste Sneak Peek zum 9. Dezember Update wurde heute gerade eben erst enthüllt und das Sneak Peek dreht sich um Schilde und der neue System. Es ist ein ellenlanger Post, der im Forum gepostet wurde mit Erklärung, warum denn die Schilde verändert werden und wie genau sie verändert werden. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn so die Neuerungen sind. Und zwar wird das Schildsystem komplett neu umgearbeitet. Es wurde seit Anfang an, seit Clash of Clans existiert, noch nie wirklich geändert und Supercell ist jetzt der Meinung, dass es langsam mal eine Änderung braucht, da die Spieler und das Spiel sich natürlich weiterentwickelt haben und das Schildsystem rückständig geblieben ist. Vorweg zwei Punkte, die sich ändern und einen wirklich großen Einfluss auf so ziemlich alle Bases haben werden. Es wird keinen Schild mehr geben, wenn das Town Hall draußen steht und gesnipet wird. Heißt keine Snipes mehr. Dafür gibt es keinen Schild mehr, wenn euer Rathaus draußen steht und wenn es abgeschossen wird. Der Gegner gewinnt einfach nur einen Stern, ihr bekommt aber keinen Schild. Außerdem, richtig große Neuerung, wenn, während man einen Schild hat, kann man angreifen. Es wird den Schild nicht komplett zerstören, sondern nur eine gewisse Zeitspanne von dem Schild reduzieren. Sagen wir, man hat 16 Stunden Schild und man greift jetzt das erste Mal an, dann werden drei Stunden von diesem Schild abgerechnet. Heißt man hat danach nur noch 13 Stunden oder je nachdem, wie viele Stunden man vorher noch hatte. Und je öfter man angreift, desto höher wird praktisch die Kosten, die man praktisch mit seinem Schild bezahlt. Nach dem zweiten Angriff werden es zum Beispiel vier Stunden sein, die man zahlen muss und nach dem dritten Angriff fünf Stunden und so weiter. Je nachdem, bis man halt sein Schild komplett aufgebraucht hat. Außerdem wird es auch neue Änderungen geben daran, wann man einen Schild bekommt. Und ich habe gerade eben schon erwähnt, dass das Rathaus keinen Schild mehr gibt. Dafür gibt es den 12 Stunden Schild jetzt anstatt bei 40% schon bei 30% Zerstörung. Heißt, wenn der Gegner 30% meiner Base zerstört, kriege ich einen 12 Stunden Schild. Außerdem gibt es einen neu eingeführten 14 Stunden Schild, den es davor noch nicht gab. Den gibt es ab 60% Zerstörung. Und den 16 Stunden Schild, den gibt es ab 90% Zerstörung. Aber trotzdem kriegt man, wenn der Gegner nur unter 50% seiner Truppen eingesetzt hat, keinen Schild. Heißt, egal wie viel er jetzt zerstört, auch wenn er mich 100% zerstört oder sowas, kriege ich keinen Schild, wenn er dafür nur 50% seiner Truppen verwendet hat. Zum Beispiel, wenn mich jetzt ein Rathaus 10er angreifen würde und er würde nur die Hälfte seiner Drachen setzen, dann würde ich zum Beispiel keinen Schild bekommen, auch wenn er locker über meine über 60% oder sowas kommt. Außerdem kann man ab sofort, da man ja jetzt trotzdem mit Schilden noch angreifen kann, in das Multiplayer-Matchmaking reingehen. Heißt, man kann trotzdem nach Gegnern suchen, man verliert dadurch schon nicht sein Schild, sondern man behält sein Schild und erst wenn man praktisch die allerersten Truppen setzt, verliert man diese gewisse Anzahl an Stunden, die von dem Schild eben abgezogen werden. Außerdem kann man auch in die Rache hineingehen, Vergeltung ausüben, auch wenn man dann wieder zurückgeht und sich nicht an dem Gegner rächt, verliert man die drei Stunden nicht, sondern nur, wenn man wirklich nur die Truppen setzt und dann wirklich angreift. Das war es eigentlich so ziemlich alles, was jetzt an größeren Informationen über die Schilde gebracht wurde. Supercell meint, dass es noch viele, viele weitere Änderungen gibt, die dieses neue Schildsystem unterstützen. Unter anderem der Dorfbeschützer, von dem man immer noch nicht weiß, was genau es ist, dann neu ausbalancierte Loot und neue Trophäenberechnungen. Die werden aber vermutlich in den nächsten Sneak Peaks dann erklärt werden. Und des Weiteren hat Supercell noch in ihrem Forumspost noch weitere Absätze dazu geschrieben, warum denn das ganze System so überarbeitet werden muss. Und sie sind der Meinung, dass das neue System allgemein das Spiel deutlich, deutlich fairer für alle Spieler macht. Da zum Beispiel die höheren Rathäuser können dann auch mal angreifen und können sich die Schilde besser einteilen. Sie können praktisch sagen, ich habe jetzt gerade meine Truppen fertig und ich würde jetzt gerne angreifen und ich kann dann praktisch in fünf Stunden wieder und habe gerade ein Acht-Stunden-Schild. Dann passt es super, ich kriege drei Stunden abgezogen und kann dann in fünf Stunden wieder online sein. Da es eben so viele, wenn man auch nur fünf Minuten zu spät online kommt, kann es schon wieder sein, dass man eben angegriffen worden ist. Und das Ganze soll das Timing für alle Rathäuser natürlich verbessern und das Erlebnis von Clash of Clans einfach besser macht. Ansonsten, falls ihr noch weitere Informationen zu dem Hintergrund haben wollt, könnt ihr den Link unten anklicken. Da werde ich euch den Forum-Post hineinstecken und den könnt ihr euch gerne durchlesen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Meinungen zu dem ersten Sneak-Peak hier kundtut, in den Kommentaren unten oder auch mal ein Abo dalasst. Hier in der Mitte werde ich euch das neue Sneak-Peak, das dann hoffentlich morgen rauskommt, verlinken, wenn es denn dann da ist. Und genauso werde ich es auch bei den kommenden Sneak-Peaks machen und das Ganze auch noch in eine Playlist reinpacken, damit ihr auch wirklich die geballte Information auf einem Fleck habt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazas Clash Channel. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß.